SWELL MALL, herzlichen Glückwunsch zum 3-0 über Locarno. Wie schwierig ist es nach dem Kantersieg vom letzten Donnerstag, so ein Spiel wie heute? Ja, es ist natürlich nicht einfach. Jeder erwartet von uns, dass wir diese wegputzen. Aber so einfach ist es nie im Fussball. Jedes Spiel muss gewonnen werden. Das ist zwar wieder ein Flossklauber, aber es hat sich dann auch als richtig herausgestellt. Wir hatten in der ersten Halbzeit ziemlich viel Mühe. Wir hatten wenig Spannung. Und dann hat uns Renni in der Pause aufgeweckt. Und in der zweiten Halbzeit war es super. Wir haben gewonnen und verdient 3-0. Du hast zwei relativ ruhige Spiele als Goalie hinter dir. Wie behältst du die Konzentration? Ja, gut. Es ist schon nicht optimal als Goalie, wenn nie etwas zu ist. Aber das ist schon ein Kompliment an meine Mitspieler. Also ja, lieber nichts zu tun und gewinnen, als wir eines bekommen. Wie schaffen dir es, die Leistungen unabhängig vom ganzen Theater im Tessin mit Bellinzona abzurufen? Ja gut, wie gesagt, wir schauen auf uns. Es ist schon ein bisschen mühsam und alles. Vor allem, dass wir jetzt nichts gehört und nicht wissen. Wir wissen jetzt auch nicht, wie es mit den Punkten ist und wenn wir aufsteigen würden. Aber schlussendlich ist alles egal. Wir müssen einfach gewinnen und dann kommt es gut. Danke vielmals. Danke vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank.